Hallo sehr geehrte Zuschauer Ihr nehmt komischerweise zuviel Batterie weg Ich mach mal das jetzt mal kurz auf Und ich prüfe jetzt mal die Batterie Nimm mal kurz die Kamera zur Seite Das ist jetzt die Batterieanzeige Die ist ja noch fast voll Und trotz, hier, da Find ich komisch irgendwie